Hallo und herzlich willkommen bei Spaß mal 3 oder 3 mal Spaß, macht es wie ihr wollt. Wir begrüßen euch zu Tag 2 unserer Salzkrebszucht und wie ihr seht, sind sie geschlüpft. Wir sind heute um 15 Uhr nach Hause gekommen und da schwirken die kleinen Krebschen schon munter hier rum. Es ist mittlerweile schon halb 8 abends und ihr seht, es sind ein paar mehr. Wir haben dementsprechend natürlich auf unserem Zettel, ich nehme das mal zur Seite, aufgeschrieben, wann die geschlüpft sind. Wir haben, weil wir nicht wissen, welche Uhrzeit vor 15 Uhr geschrieben, einfach nur die Dokumentation, die wir machen sollen, laut Anleitungen. Was wir diesmal anders gemacht haben, wir haben hier daneben schon mal das destillierte Wasser aufgebaut oder hingestellt, dass es die gleiche Temperatur hat wie das Wasser, in dem die Salzkrebse jetzt schwimmen, damit wir morgen beim Umsetzen vielleicht etwas mehr Erfolg haben als beim letzten Mal. Ja, die Größe von den kleinen seht ihr, dürfte so 2 mm haben, sind eigentlich ganz putzig anzuschauen. Gut, Nährstoff reicht und ansonsten melden wir uns morgen wieder, wenn wir die umsetzen. Alles klar, bis morgen! Tschüss!